servus leute ja ich bin mal wieder am bahnhof und mache mich jetzt auf den weg nach leipzig ich nehme euch da wieder mit und ja ich freue mich riesig meine ganzen freunde meine ganzen kollegen wieder zu sehen die ganzen autoren die ganze messe da nehme ich euch mit und ich hoffe ihr habt viel spaß mit dem video so leute ich bin tatsächlich endlich in der messe in leipzig angekommen nach ungeplanten aufenthalt in erfurt ja im zugen notarzteinsatz haben natürlich jetzt eine stunde verspätung und jetzt machen wir uns mal vom pressezentrum aus in die halle 1 und dann wenn man sehen wo uns der weg noch hin führt die kunden ja hallo sehr gut wie ist das so kommen wir da weg jetzt schmeiß mal die kamera da weg jetzt genau und grüß mal deine frau Wir haben hier ein kleines bisschen gelost und ich habe... ... eine fantastische Postkarte gewonnen! Wir sind da vorne! Da vorne? Team Horst! Ist das Elien? Das ist Horst! Das ist Horst! Horst! Oh! Wenn du die mitnehmen möchtest? Ja! Norne? Das ist eine Norne! Ein Alien! Cool! Ich habe einen Luftballon gemacht! Einen Luftballon! Mit einem Luftballon mit Pappmaché oben! Und das untere dann so dazu! Und dann so Draht drum! Mit Pappmaché! Mit einer Maschine! Macht halt einfach Spaß! Ja! Macht doch was jetzt! Ihr seid alles verloren! Ja! Ihr seid alles verloren! Ja! Ihr seid alles verloren! Alles klar! Ja! Sehr schön! Klasse! 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 Eco! Vielen Dank! Musik Das ist schön, okay. Das ist auch eine Liebesgeschichte. Auch meine. Aber du stehst dann mit Keklis zusammen. Ja, ja klar. Ja, ja klar. Mein anderer Name. Dankeschön. Ist die Werbung natürlich auch. Hier kann Tiere Werbung sehen. Komm ruhig her. Das ist schön. Du wirst auch einfach geknotet von allen. Wollen wir Kekse? Kekse. Wo steht da? Das ist von Court of Mist and Fury. Ah, stand super. Hallo. Was? Einfach nur fragen, ob ich meine Tasche schon mal abstellen darf. So ganz gemein. Wie heißt es Stunden? Stundenkreis. Ja, das ist der kleine Tagträumer Verlag. Ich bringe die Kater hier. Hier. Da hinten. Wenn ich weggehen soll, musst du das sagen, ne? Wie ist die Autorin? Die Autorin dazu. Wie ist die Autorin dazu? Weil da alle filmen. Ja. Hallo. Hallo. Das fühlt mich ganz berühmt. Wo mich kein Mensch kennt. Ja stimmt. Aber guck mal, sogar Mädchen und Jungs. Wunderschön verteilt. Das ist eine Anthologie über Meereswesen, Piraten und alles mögliche da drin. Mein Buchregal kommt her. Ich brauche ein neues Buch. Ich möchte irgendwie was lesen. Aber hier, darauf hätte ich Lust. Und dann kannst du auf Bücher suchen gehen. Und dann gibt er dir die Bücher ein, die diese Kurve haben. Oder die deinem Lesegeschmack entsprechen. Und die ermittelt sich eben aus den Bewertungen, die die Leute eintragen. Also Leser, Blogger, Autoren. Und dann wird der Durchschnitt ermittelt. Und dann kommen eben diese Bücher mit den Leserfiebergruppen. Cover kommen noch bei allen dazu. Das ist noch, wie gesagt, wir sind noch in der Startphase. Und dann gibt es diese Bufeinträge. Da kann man auch als Blogger Rezension hinterlegen. Das soll auch für die Leser noch kommen. Und dann kann man im Prinzip auf den Blog drauf. Das heißt, wir haben dann den Blog-Link. Wenn ihr Interesse habt, die ausführliche Rezension zu lesen, könnt ihr direkt auf den Blog-Link klicken. Ansonsten gibt es so ein kurzes, wie so ein Quickie. So 140 Zeichen, wo man wie so eine Art Twitter-Text los treten kann. Oh, war super. Oder hat mich geflasht oder sowas. Ja, wie gesagt, dann gibt es hier oben den Bereich Meins Scouts. Das ist dann Herbert's Profil jetzt gerade. Da könnt ihr dann ein Bild einstellen. Dann könnt ihr euer Profil einrichten. Das heißt, seid ihr Buchblogger, Leser, Booktuber. Das muss man vielleicht noch dazunehmen. Das ist ein Verlag oder Autoren. Und dann kommt ihr euren Bereich freigeschalten. Bei ihm ist dann bei dir das Licht-Training-Kofil. Nee, nicht. Gut. Dann könnt ihr Freunde verlinken. Da gibt es noch die Verlinkungsaktion. Und dann sind dort die ganzen Bücher, die ihr eingetragen habt, in eurer Bibliothek drin. Es soll eine Wunschliste kommen. Das heißt, ihr könnt alle Bücher, die ihr dort findet und denkt, oh, das sieht jetzt gut aus oder sowas, könnt ihr dann auch mit reinnehmen und schauen, was eure Freunde gelesen haben. Also so ein bisschen auf deren Profilen gucken und so. Und das Schöne für die Autoren ist halt, naja, eine Ein-Sterne-Rätsel haut immer gleich den gesamten Verkauf zusammen und so weiter. Und andere empfinden das vielleicht nicht so. Das wollen wir nicht. Sondern hier steht das Buch im Vordergrund, der Inhalt und eben wie der Eindruck ist. Dass man diesen Text an sich hervorhebt und nicht jetzt hier, gefällt mir, gefällt mir nicht oder so. Und das ist ja auch so. Dem einen gefällt vielleicht das Brutale und der andere sagt, nee, ich hatte das gar nicht erwartet und deswegen gibt es dann einen Stern. Und das ist echt besser. Genau. Und da wollten wir eben rein in diesen Bereich und wollten sagen, wir wollen euch nicht verreisen, wir wollen jedem eine Heimat bieten. Und bei uns zählt halt wirklich nur die Geschichte. Und das ist auch Volkskurs erwartet. Und das ist auch Volkskurs. Und das ist auch Volkskurs. Und unter anderem der App. Oh, der Scheiße, ist das Edward hier? Ja, ja. Ich habe jetzt gerade voll Herzklopfen, Leute. Und das andere, das ist aber anbekannt. Ich weiß nicht, wie er ist. Wer ist, wo? Der. Oder? Nooo. Hahaha. Der ist ja wieder eben. Hahaha. Oder ist der, der Wiener ist? Ja. 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 Ich habe voll in die Hose, weil da sitzt etwa die. Ich habe jetzt gerade echt Herzklopfen. Ja. Ich habe ihn erkannt. Und die Sonja. Und Sonja. Nee. Ich habe voll den anderen angeguckt. Mütze an der Bank. Das hat schon recht. Oh Mann. Ich scheiße, bin gerade voll in die Hose. Äh ja. Das ist richtig. Oh Mann. Wenn ich das gewusst hätte. Dummes Wille. Ja. 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 Wenn man nicht alle so auf der Buchweise trifft. Das sind Autoren da. Oh, ich will auf jeden Fall ein Autogramm machen. Das ist mir jetzt echt scheiße geil. Hä? Schaut sie mir unauffällig ist jetzt warm. Oh Mann. Ihr könnt das unauffällig suchen. Ich bin jetzt gerade voll aufgeregt. Das ist ja gut krass. Ich kann aber jetzt nicht hingehen. Ich hab mal einen. Ich würd mal den ganzen Lücken sagen. Ja. 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 Kann man da jetzt filmen oder nicht? Ja. 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 Ich hab keine Ahnung. Muss man den kennen? Weiß ich das? Muss man den kennen? Es wird nie, oder? Da haben sie gesagt, ich kenn ihn. Ja Gott. Ich bin aber auch nicht die Referenz aller Dinge. Muss man mal googeln. Oh hi. How are you? Step right up. We have some big fans of you. Thank you very much. Mein Herz ist so laut. Danke. Danke, dass du kommst. Ich liebe deine Bücher. Sie sind so großartig. Das ist nur ich. Was ist dein Name? Sonja. S-O-N-I-A? S-O-N-J-A Wenn es falsch ist. Perfekt. Das ist der Wahnsinn. Es wird eingerahmt. Ich will frame es. Du bist so großartig. Danke. Bitte. Mach du ein Foto. Mach du ein Foto. Wer hat hier ein Foto? Oh. Du hältst das. Ja. Ja. Es hört sich schon ein bisschen raus. Oh mein Gott. Bist du auf dem Handy? Ja. Oh Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ja. Ja. Aber immer wieder mal so denkst du... Oh. Das ist ein bisschen traurig. Ich bin so großartig. Ich bin so großartig. Ich bin so großartig. Ich bin so großartig. Oh mein Gott. Was ist das? Ich bin so großartig. Was ist ein bisschen... Ich habe es. Ich habe es. Ich habe es. Ich bin so großartig. Ja ja. Ja ja. Aber guck dir mal den Markt an. Österreich. Deutschland. In der Schweiz. Mit Ausrassen. Weil der hat nur das Poster erwartet. Ja was glaubst du nicht. Der flippt ja aus. Und das war der Schmuck. Mhh. 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 Oh. Oh. Wieso? Wieso? Mhh. Am Samstag ist der Junge Wörtsdag. Er stirbt am 15. März 1937. Der Junge Wörtsdag. Ja, ist der Todesdag. Ich bin auf dem Tag heute. Da haben wir auch einen Tweet. Ich bin bereit. Ich gebe dir einen Gummi. Lange ist es noch zu offenen, aber sonst versaut es mir. Also der wird begeistert. Thank you very much. Thank you very much. Weil der hat uns das Prost auch geschöpft. Thank you. Thanks a lot. Thanks a lot. Have a great day. You too. Ja Leute, und so wie sich das gehört, machen wir eine ganz kleine Roomtour. Ich bin abgestiegen im Hotel Meininger. Das ist gleich am Hauptbahnhof um die Enge. Von dem her super günstig gelegen. Und ja. Hier kommst du rein. Hier. Wow. So. Hier haben wir schönes Toppenpick. Und hier. Auf dem Schreibtisch. Mein Gepäck. Und hier. Die Aussicht. Wirkliches eine tolle Baustelle. Äh. Ja. Vollkommen. Zippy. Ausreichend. Hier haben wir einfach das Bad. Ja. Sieht ganz nett aus. Alles schön sauber. Ja. Eine relativ große Dusche sogar. Und ja. Hotel Meininger. Ja. Da nächtige hier. Und. Bis Sonntag. Ja. Ja. Jetzt nachher. Äh. Treffen wir uns noch. Mit. Steffi. Mit. 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 Buchelixen. Ja. Steffis kleine Bücher. So. Ich bin liebe Sonja von Sonja in die Bücher, die schläft leider ein bisschen weiter im Alltag und die ist ziemlich fertig, deswegen wird die heute Abend nicht mehr dabei sein aber morgens wie um 10 Uhr gehts ja weiter und ich nehme euch auch noch nachher ein bisschen in den Abend und dann würde ich sagen bis gleich, wenn die anderen wieder dabei sind Wir sind jetzt mittlerweile zum gemütlichen Teil des Abends übergegangen Wir sind hier im A&O Hotel, also nicht Mainz, sondern das Hotel von Steffi und Madden und Bücher nix und wie ihr vielleicht hört, wird hier gerade ein bisschen Billard gespielt auch Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah